Hey, yo! Mois Leute! Willkommen zurück zu Let's Play Rundfurt! Oh! Eine Sonnenirumption! Schade! Oh, das heißt, trocken ist nicht mehr. Ich hoffe, die dauert ein bisschen zu lang, ne? Ich weiß gar nicht, wer ist denn nochmal mein Forscher? Der Farmer, ne? Der jetzt so viel zu tun hat. Vielleicht kriegen wir nochmal einen Forscher. Was würde er denn können, wenn wir den kriegen sollten? Ach, guck mal, er ist ein super Forscher. Woops! Da haue ich mir doch gleich das Headset vom Kopf. Äh, ja gut, der wird, glaub ich, nicht nur ein Full-Type Forscher. Besser als unser Medic wird er aber nicht sein. Ah, nee. Wenig Nahrung. Ja, ich weiß, ich kann gar nichts zu bereiten. Okay, die Landeroption vorbei und eine Vorratskapsel ist gelandet. So, hier gibt's Mümmelmasse. So, hier gibt's Mümmelmasse. Und auf komprimierte Bauteile geschossen. Ja gut, kommen wir hier weg. Alles gut. Alles gut. Da gibt's ja eigentlich auch die Temperatur hier oben gehalten. Genau. Egal, ich bin schon gut, was er hier ist. Aber die Biber-Plage eigentlich immer bald kurz in der Nähe. Ein psychisches Brum habe ich schon mitgekommen. Das ist ja auch die Biber. Das ist ja auch die Biber. Das ist ja auch die Biber. Alfa Biber, die hat sich gerade zugegangen. Schlechte Laune. Ja, ich weiß, steigen. Du kriegst das nächste Zimmer. Einfach nur deine fändliche Ruhe haben. Hier, kannst du auch nur jetzt schon haben. Wähle Besitzer. Steigen. Da haben wir zumindest keine negativen Werfen mehr drauf. So, die neuen Türen werden aber aus Marmor sein. Ne, Möbel. Hier kommt noch eine Lampe hin. Eigentlich auch hier und hier schon direkt hinbauen. Und ein Stromkabel legen wir direkt runter. An zweitem Farmer könnte ich langsam auch echt gut kaufen. Ah, Farmer ist hier wieder am Ausflippen. Super. Schlechte Laune, wenn ich nahe. Ja, Jäger oder Waffe. Ja toll, wie denn? Ich kann ihm ja schlechter reagieren. Was machst du? Kopier, das haben wir jetzt hier. Die Stimmung sieht doch super aus. Ah, okay. Da sind die Schwellen hier. 35, 25. Ah, okay. Jetzt hat mir das schon mal gut zu wissen. Scheine, wie sehen deine Bedürfnisse aus? Er trägt ausgefranzte Kleidung und der ersten Akt. Er trägt ausgefranzte Kleidung und der ersten Akt. Das hat da irgendwas mit dir. Das psychische Bruch hat aufgehört. Stimmt. Ja. 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 Und wenn der neue Dock fertig ist, der macht ja... Was macht der denn? Scientist, ne? Ich hab dann mit der Reiner und Träger und Reiniger. Und mit dem Anschluss fängt er erst an zu forschen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin mit dem Baden-Zunschlug hier. Eine Pistole macht es nicht auf, und ich möchte auch schon mal was tun. Und ich denke, ich hab das schon mal in der Zeit. Ich bin mit dem Baden-Zunschlug. Ich bin mit dem Baden-Zunschlug. Manchmal ist das schon mal ein Stück mal, das ist leider hier. Was hab ich denn noch mal Medizin 20? Was hab ich denn noch mal mit? Das Antarkt ist aber fertig. Nächste Firm Ich wüsste mal gern mal Ah, jetzt geht es los um 7 Aufseher bleibt ja der Beste Sehen definitiv Tierpfleger bleibt auch eher der Beste Koff Saure Oder was so passt Jäger hoch 9, 7,5 Der meiner braucht nicht ja Tätig ist noch weiter Mechaniker Pharma ist sehr latiert Werker bei Nächste Nächste Auf der markierten Stelle Ok Ja, und wer kommt nicht mehr Guck es mal Ach, du wüsste so schon Oh Das hat sich sogar fähig Aufgaben Was können wir nicht so herbestellen Große Skulpturen Details, was kosten die denn? Material hat gewinnen nur noch wie Gold 20 mal so viel Scheiße 260 Materialien 260 Materialien In Volt Ich würde ich gar nicht mal so Aus Marmor baue ich alles Es kann auch ich reden Jetzt heult sie doch die Scheiße aus, oder? Jetzt heult sie doch die Scheiße aus, oder? Jetzt heult sie doch Oh, mach sie mal Zieh da mal dein Ding durch Ich komm bevor der gleich eine Scheiße verbraucht Ich komm bevor der gleich eine Scheiße verbraucht Glöö Não Ok Architekt Struktür Mar�� Tür Weet die Stahltür neue liebhaber koch und middick haben sich gefunden und sind jetzt geliebte ok was bedeutet dieses bett können wir hier hinstellen nochmal bitte hier machen wir jetzt ein doppelbett wo ist medic kann ich mal so sagen wie du wirst du das mal dann ein doppelbett bitte oh warte was installieren wir nochmal doppelbett kenne ich ja bestimmt auch was mehr in unserem marmor doppelbett und noch eine marmor und noch eine marmor Dieses Zimmer kriegt dann Steini, weil er so zufrieden ist aber. Achso Steini hat's schon. Na Farmer hat man nicht. Und dieses Bett wird zugewiesen für Koch und Medic. Ich muss auch schnell raustappen um zu gucken wie lange ich schon wieder aufnehme. Ok. Keines bisschen gemacht. Wahrscheinlich eh wieder viel zu lang in Folge. Wie immer. So jetzt machen wir mal Arbeit, nee Architekt, bla, Möbel, nee Böden. Hier machen wir... Auch Betonplatte. Ja, sonst weiß ich nicht wie ich das mit den Türen machen soll. Oder ist das denn, ey komm. Das ist ja einfach nur ein Lager, da reicht normaler Beton völlig aus. Und Stroh legen wir auf hier rein. Und dann müssen wir hier eine Lande betreiben. Und das ganze wird jetzt nämlich eine Lagerzone. Für alles löschen. Für den Brocken. Für den Brocken. Diese Lagerzone für den Brocken wie wir hier haben. Und dann wird das noch löschen. Nein, wo bin ich die Tür verdammt? Ich mach das mal weg. Wahrscheinlich ewig dauern, nachdem es sich hier drittschallig gepackt ist, was wegzutragen. Farmer hat schlechte Laune. Warum? Starke Schmerzen, nackt, kalt, Vergnügungsmangel wurde beleidigt. Gestörter Schlaf. Gestörter Schlaf. Schlaf, das ist doch wieder. Schlaf, das ist doch. Schlaf, du hast ja noch keine Taupen. Schlaf, das ist doch. Das ist doch. Schlaf, das ist doch ein. Was hast du denn überhaupt? Schlaf, guck mal, ich habe dich nicht immer noch bleiben. Da hast du denn überhaupt? Ok, Aufgabe hinzufügen. Benzer tosen, ne? Produzieren, zwei mal. Bensteine. Acht doch mal, wird sich jemand lösen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Hm. Warte mal, wir haben jetzt Medic, Farmer, Miner. Und dann machen wir... Ähm... Wie warte ich hier? Ja. Hier haben wir den... Nervig zu sagen. Warte mal, wir haben jetzt Medic, Farmer, Miner. Warte mal, wir haben jetzt Medic, Farmer, Miner. Na, krieg ich das Bett hier. Wollen wir noch Social Arms, ne? Ja, guck mal, das Bett können wir ja schon mal aufstellen. Ähm... So muss ja alles gebaut werden. Okay, Forschungsmeni. Jetzt nehmen wir das, äh... Automatische Geschütz als nächstes. Das werde ich nämlich unbedingt haben. So... Ja, für Hunger kann ich nichts. So. Aber Medic, das ist deine Aufgabe. Oder das ist deine Aufgabe. Aber... Du hast ja bestimmt wieder deine Waffe weggeschmissen, ne? So... So, er ist immer noch mit dem Zusammenbruch beschäftigt. Okay, okay. So, wer pent hier noch? Social. Bett zuweisen Social. Es sind sechs Leute und wir haben... Ja, passt. Jetzt... Und dann habe ich noch einmal drüber für... Für so. Das ist doch ganz neis. Der Stein, der ist nicht mehr verbunden, Der Stein, der hat immer wieder... Der Stein, der hat immer wieder... Der Stein, der hat immer wieder... Ist doch mal die Sohn zu verbinden, Na, dann kannst du ja auch hier nochmal neben die Hose fertig machen. Jetzt sind deine Hose, zwei Leute fangen gleich an, zieht die automatisch an oder muss ich die jetzt extra noch bezüglich? Ey, was macht der jetzt? Nee, Produzierer bist du. Eine Hose ist. Dann Scherz, Produzierer bist du. Ein Scherzer ist. Ein Jacket, Produzierer bist du. Ein Jacket ist. t, able wie es wird das? Ja, Namel. Ja, ja. Oh mein Gott, der hat sich doch gerne aufgeschließen, oder? Du, das ist einfach wie, weil Gras nicht alles hier. Schon 18 kurzer Joints, aber der wundt nicht. Also gleich mal ein bisschen geliehen mit dem Anzettel. So, Objekt weg tragen. So, jetzt gehts aber weiter. Was ist das Wasser hier? Äh, Böden. Aus Marmor. Oh, doch die Hose ist weg. Oh, doch. Oh, doch. Oh, doch. Oh, doch. Oh, doch. Oh. Aktuell vorhanden 450. Ja, machen wir mal nur bis wir 2000 haben. Achso, genau. Dann Möbelbühnchen. Und ein Marmorhocker, wie das Bett. Ja, wir bieten Sicherheit. So, sie greifen sofort an, alles klar. Und wir kriegen die Hilda dazu. Was kannst du denn hinter? Nix. Nix, nix, nix. Kämpfen kannst du ja mal ein bisschen. So, Hilda, du krallst dir mal... Keine Schusswaffen mehr übrig? Keine Schusswaffen mehr übrig? Ähm, das ist schlecht. Ja, Hilda, sorry, dass du nix kannst. Das ist so, ja, Träger und Reiniger, ne? Das tut mir fast leid. Künstler kann sie... Sehr, ok. Was darfst du aber als letztes? Wobei wirklich alles so zärtlich sein sollte. So, ja, genau. Den Medic. Den Farmer. Den hole ich mir ran. Den Miner. Den hole ich mir auch ran. Den Social Lift. Den Stein. Den hole ich mir auch ran. Ich muss auf jeden Fall werfen haben. Nein, ich hab die Scheißpistole verkauft. Stimmt. So, das heißt, der Medic wird nicht kämpfen. Social kann, glaube ich, gar nicht kämpfen, ne? Ich glaube, das ist halt ein Reginaliter-Nahe-Kämpfer. Wo kommst du auch hier hin? So, da hab ich leider keine Waffe. Oh, ist schon so weit. Boah, was? Steine wurde erschossen einfach instant. Social-Kämpf nicht, ne? Das Ding ist jetzt... Wir kriegen auch noch Holzbetten. Ach, wir müssen so die Arbeit noch bitte hin. Und, äh... Ach, wir müssen so die Arbeit noch bitte hin. Und, äh... Ach, wir müssen so die Arbeit noch bitte hin. Und, äh... what? Okay, äh... Entschuldigung! Und, äh... Und jetzt, so. Buh! Und... Dann ist's das Ding. Und... Da ist das Ding. Musik 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 Medic Stelle mal das zweite Bett hier fertig Was ist das? Jawohl. Ich nehme hier. Was ist das hier? Sie haben Steini getötet. Krieg gibt nichts schlechter Laune. Genau, das wird mal die Forscher werden. Jetzt müssen wir gucken. Er kriegt natürlich auch Medizin, weiß ich noch nicht. Er kriegt aber ein Anwendungsgespräch. Was kann er denn? Ja gut, Bergbauer kann man nicht genug haben. Da muss man besser auch nichts sehen. Steini ist ein bisschen ärgerlich. Wo Steini auch nichts so richtig konnte. Von daher eigentlich auch nicht so wild. Wie sieht es denn bei dem hier aus? Alles in Ordnung. Er kriegt auch Anwendungsgespräche. Er ist auch ein guter Forscher und ein guter Mediziner. Not so schnell. Ja, nervös. Das auch. Ah je, ich kann das nur begraben. Da fangen wir jetzt Hilda. Das ist ja gut, dass Steinis Bett gerade frei wurde. Hilda. Was macht Hilda denn? Nicht nur Stoffe Scheiß, ne? Helfer macht die. Alles klar, wir nähern uns auch schon wieder dem Ende der Folge. Ich guck grad mal, wahrscheinlich schon wieder völlig überzogen. Ja, wie immer. Aber egal, mach ich halt mal 40 Minuten Folgen für dieses Spiel. Ich hoffe es hat euch gefallen lassen, dann nach oben da ein Kommentar, ein Abo. Ich würde mich freuen und bis morgen. Ciao, ciao.